Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute mal wieder mit einer Preview für das kommende UFC-Event. UFC Fight Night Reyes vs. Prochatzka im Main-Event. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr das bei YouTube hört oder eine Bewertung bei iTunes oder natürlich auch ein Follow bei Spotify. Springen wir gleich mal in das kommende UFC-Event. Die Main-Card ist relativ unspektakulär und klar, wir hatten zuerst einen richtigen Kracher hier. Der UFC 261 war klar, dass man danach nicht nochmal so einen Kracher raushaut. Wir haben auf der Main-Card Poliana Botelio gegen Luana Carolina. Wir haben Merab Dvalishvili gegen Cody Stammen. Sean Strickland gegen Christoph Jotko. Wir haben Jont Kucelawa gegen Dustin Jacoby. Cuff Swanson vs. Giga Chikaze. Und eben im Main-Event Dominic Reyes gegen Giri Prochatzka. Und das Main-Event ist ein sehr spannender Fight. Co-Main-Event auch. Mich wundert es, dass Cuff Swanson immer noch am Start ist. Jon Kucelawa auch ein solider Fighter. Aber ich komme zum Main-Event, bevor ich hier noch durcheinander rede. Dominic Reyes kämpft das erste Mal wieder seit seiner Niederlage gegen Jan Blachowicz. Und das war natürlich auch eine brutale Niederlage. Eine schockierende. Mich hat die Niederlage damals sehr gewundert. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass Dominic Reyes so eindeutig gegen Blachowicz verliert. Und vermutlich hat er selber gedacht, hey, ich habe gerade erst einen Kampf gegen Jon Jones gewonnen. Quasi gewonnen. Also viele gehen ja davon aus, dass es eine Robby war. Ich habe eben erst gegen Jones gewonnen, dann wird Blachowicz ja eine leichte Nummer sein. Aber dem war nicht so. Man muss aber auch dazugeben, dass Blachowicz auch grandios gegen Adesanya aussah. Das heißt, unterschätzt mir Blachowicz nicht. Dominic Reyes hat jetzt zuletzt gegen Jones und Blachowicz verloren. Und ja, das darf man dann auch mal. Das ist kein Thema. Yuri Pročatska auf der anderen Seite. Der hat sein UFC-Debüt beeindruckend gegen Volkan Özdemir gewonnen. Das ist jetzt sein zweiter Kampf in der UFC. Er war Champion bei Ryzen, hat dort teilweise altgediente UFC-Veteranen gekämpft, war Champion eben im Light Heavyweight. Und das Problem ist, ich denke, wir überschätzen Yuri Pročatska und unterschätzen Dominic Reyes. Dominic Reyes ist nach wie vor ein guter Fighter. Und Pročatska, der hat in seinem Fight gegen Volkan Özdemir Lücken gezeigt. Pročatska wurde gegen Volkan Özdemir sehr hart und sehr oft auch getroffen und war auch teilweise auf wackeligen Beinen. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Dominic Reyes das eher bestrafen würde als ein Volkan Özdemir. Auch wenn Özdemir ordentlich Wumms hat. Dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass Dominic Reyes das Ganze über den Stand machen wird. Er wird, denke ich, Pročatska vorzeitig finischen. Einfach aus dem Grund, dass wir gerne mal vergessen haben, wie stark Reyes ist und wie Reyes überhaupt zu diesem Titelfight gegen Jones gekommen ist und wie er auch in diesem Fight gegen Jones aussah. Und wenige haben diesen Fight von Pročatska und Özdemir geschaut. Dort sieht man einfach, dass Pročatska sehr oft getroffen worden ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das noch eine Quittung geben wird im Fight. Kap Swanson gegen Giga Chikaze wird ein guter Fight. Kap Swanson auch schon alter UFC-Veteran, der schon ewig dabei war. Giga Chikaze hatte jetzt schon ein paar Wins in der UFC, ist in der UFC ungeschlagen. Er hat bei Dana White's Contender Series verloren, ja. Aber in der UFC ist er ungeschlagen. 2019 hat er da einmal gekämpft. Letztes Jahr hat er drei Kämpfe gehabt. Vier Kämpfe sogar. Und jetzt eben der erste Fight am 1. Mai gegen Kap Swanson. Ansonsten müssen wir einfach mal abwarten, wie die UFC Fight Night wird. Jon Kuzelaba kennt viele wahrscheinlich von seinem vorzeitigen Finish gegen Margomet Ankaraev. Also Jon Kuzelaba wurde gefinisht. Oder nicht wirklich gefinisht, sondern der Referee hat beendet, weil Kuzelaba angetäuscht hat, dass er verletzt wäre. Ganz kurios. Also wirklich eine ganz, ganz kuriose Szene. Erinnern sich wahrscheinlich noch einige daran. Ansonsten würde ich sagen, entlasse ich euch in das Wochenende. Samstag auf Sonntag gibt es, wie immer, die UFC Fight Night. Ich freue mich auf Dominik Reyes vs. Jiri Proczacka. Ich denke durchaus, dass wir die beiden nochmal in einem Titelfight sehen werden, beziehungsweise den Sieger davon. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns, welovemma, bei Instagram. Und damit bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.